Herzlich willkommen zu einem heute sehr spannenden Thema, bzw. ein Thema, was ich ehrlicherweise gar nicht so wahnsinnig spannend finde. Also ein Thema, was ich persönlich gar nicht so wahnsinnig spannend finde, weil es relativ wenig eigentlich mit Steuern zu tun hat, aber was gerade wahnsinnig die Runde macht. In der Presse, auf Social Media, wahnsinnig viele Leute verunsichert sind, Angst haben, jetzt irgendwas falsch zu machen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme hier einfach mal Zeit, beantworte alle Fragen zu dem jetzt neuen Plattformensteuertransparenzgesetz. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal so Galgenmännchen spielen müsst, müsst ihr euch das Wort Plattformensteuertransparenzgesetz merken und ihr werdet gewinnen. Das ist schon mal das Gute zu dem Gesetz. Wichtiger Punkt bei dem Plattformensteuertransparenzgesetz, da schwirren gerade wahnsinnig viele falsche Informationen, Panik und so weiter durch die Medien. Und ich dachte mir, das müssen wir mal gerade rücken beziehungsweise in Relation setzen und so weiter. Natürlich möchte ich am Anfang erst einmal sagen, was ist das Ganze eigentlich? Also worum dreht es sich eigentlich bei diesem Gesetz? Dieses Plattformensteuertransparenzgesetz gilt seit dem 1. Januar diesen Jahres. Genau. Das heißt, ich will sagen erstmal, was sagt das Gesetz? Dann natürlich, welche Plattformen sind betroffen? Also seid ihr eventuell betroffen? Also nicht als Plattform, sondern wenn ihr bei Plattformen registriert seid und da Umsätze macht. Dann wichtiger Punkt, welche Tätigkeiten? Also es ist nicht jede Plattform, in wo Geld fließt, betroffen, sondern es nur ganz bestimmte Tätigkeiten. Und dann die große Frage, muss ich jetzt plötzlich auf alles Steuern bezahlen? Gerade dazu gibt es viel falsche Informationen, die im Umlauf sind. Und anschließend auch sehr gerne ein Q&A, wo ich alle möglichen Fragen beantworte, die ihr jetzt heute habt, aber auch die, die ich über unterschiedlichste Kanäle in den letzten Tagen bekommen habe und auch teilweise woanders gesehen habe. So, genau. Das Plattformsteuertransparenzgesetz gilt seit dem 1. Januar diesen Jahres. So weit, so langweilig. Das Gesetz grundsätzlich verpflichtet, digitale Plattformen Informationen über die Umsätze, die Leute auf dieser Plattform machen, an das Finanzamt zu melden. Oder genauer gesagt an das Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt, einmal im Jahr melden Online-Plattformen, auf denen man Geld verdienen kann, diese Umsätze ans Finanzamt. Das ist passiert. Die Definition im Gesetz von Plattformen ist, es ist eine digitale Plattform, ist jedes System auf Basis von digitalen Technologien, also Online-Plattformen, kein Flohmarkt, wo man hingehen kann, das es Nutzern ermöglicht, mithilfe von Software über das Internet miteinander in Kontakt zu treten und Transaktionen abzuschließen. Klingt so richtig schön wie so ein Gesetz. Wichtig sind zwei Dinge. Miteinander in Kontakt treten und Transaktionen abzuschließen. Das heißt, reine zu 100% Kleinanzeigenportale, wie zum Beispiel mobile.de, wo man quasi nur ein Angebot reinstellen kann, die sind nicht betroffen. Grob kann man sich merken, wenn man irgendwo online auch was kaufen kann auf einer Plattform, dann ist diese Plattform betroffen. Und eine ganz häufige Frage, die ich da bekommen habe, ist, gilt das auch für eBay Kleinanzeigen? Interessanterweise hat eBay Kleinanzeigen diese Möglichkeit. Also es gibt eine Bezahlfunktion bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ich bei eBay Kleinanzeigen was verkaufe, kann ich mich direkt auch über eBay Kleinanzeigen bezahlen lassen. Nutzt nur fast keiner. Das führt aber dazu, dass eBay Kleinanzeigen auch betroffen ist. Also auch eBay Kleinanzeigen wird, ist durch das Gesetz quasi abgedeckt. eBay sowieso. Vielleicht gucken wir uns auch generell an, welche Plattformen genau betroffen sind. Ich gehe hier so sehr, sehr schnell durch, weil ich so ein bisschen glaube, dass die einen oder anderen, wahrscheinlich die meisten, davon schon gehört haben. Wenn ihr davon noch gar nichts gehört habt, dann schreibt das gerne auch kurz in den Chat. Dann mache ich das ein bisschen ausführlicher. Ansonsten gehe ich sehr, sehr schnell durch. Genau. Welche Plattformen melden jetzt die Umsätze ans Finanzamt? eBay, Amazon, Vinted, also frühe Kleiderkreisel, Etsy, Airbnb, Lieferando, Upwork, Fiverr, Malt, 99design, Carsharing, Angebeter, blablaclar, also Mitfahrgelegenheit und so weiter. All diese Plattformen, die melden jetzt einmal im Jahr die Umsätze, ihre Umsätze sowieso, klar machen die eine Steuerklärung, sondern die melden deine Umsätze, die du auf diesen Plattformen machst, ans Bundeszentralamt für Steuern. Und das landet dann bei deinem Finanzamt. Und das ist wichtig zu wissen, das ist neu seit zwei Wochen, nicht ganz, seit elf Tagen. Da gelten nicht alle Tätigkeiten. Also im Gesetz sind vier Tätigkeiten aufgelistet. Das heißt, wenn du diese vier Tätigkeiten über eine Online-Plattform anbietest, kannst du davon ausgehen, dass diese Daten ans Finanzamt geschickt werden. Das heißt, zu diesen Tätigkeiten gehören die zeitweilige Überlassung von Rechten an Immobilien. Das heißt, Ferienwohnungen vermieten. Das heißt, wenn ich über Airbnb meine Wohnung vermiete, ein Ferienhaus oder nur ein Zimmer in meiner Wohnung, was auch immer, dann überlasse ich dem Mieter ja Rechte an dieser Immobilie. Das Recht, da zu wohnen für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, Airbnb, aber auch Home, wie heißt das, Home direkt, glaube ich, Fevo direkt. Das heißt, so Ferienwohnungen, Portale und so weiter gelten auch. Außerdem die Erbringung von Dienstleistungen. Das ist der 99-Design, das ist Upwork, Fiverr und solche Sachen. MyHammer müsste, glaube ich, auch, ich weiß jetzt nicht genau, ob man da zahlen kann. Also all diese Dienstleistungsplattformen, die melden auch die Umsätze. Und der Verkauf von Waren. Ebay-Kleinanzeigen und Vinted und Ebay und all diese Sachen, die werden auch gemeldet. Und die zeitweilige Überlassung von Rechten an Fahrzeugen. Das sind, da gibt so Carsharing-Plattformen, wo man selbst ein Auto anmelden kann und andere können das mieten. Ich glaube, tatsächlich am bekanntesten ist das eher so im Wohnwagen-Segment. Also, wie heißt das Paul Kemper oder sowas? Ist das? Ich gucke mal kurz da. Ist heute alles ein bisschen live. Und je nachdem Frage, ich versuche das alles zu finden. Paul Kemper, genau. Paul Kemper, da kann ich meinen Wohnwagen quasi reinstellen und damit Geld verdienen. Immer wenn ich nicht unterwegs bin, kann das jemand anders mieten. Das Paul Kemper zum Beispiel wird die Umsätze auch mieten, melden an das Bundeszentralamt für Steuern. Und zu dem Punkt, deswegen möchte ich euch gerne auffordern, direkt auf Fragen zu stellen. Hat Ben gemacht. Und wie ist es genau, wenn man bei Ebay Kleinanzeigen mehrere Sachen verkauft, aber nur mit Barzahlung oder PayPal? Genau, diese Frage kommt sehr, sehr, sehr oft. Was ist denn, wenn ich das Bar bezahlen lasse? Grundsätzlich ist es so, die Plattform kann natürlich nur die Daten melden, die sie hat. Das heißt, wenn du, ist bei mir auch ganz häufig so, ich habe eine kleine Tochter und es ist immer günstiger Spielsachen halt zu kaufen von anderen und dann verkauft man das auch wieder. Da ist man ganz schnell, hat einiges an Umsatz auf so einer Plattform gemacht, wenn man Spielsachen ständig kauft und verkauft. Wenn du das Bar machst, dann kann das natürlich nicht gemeldet werden. Also wir kommen gleich noch zu dem Punkt, welche Informationen und Daten werden dann eigentlich gemeldet? Und wenn das Transaktionsvolumen, der Umsatz der Plattform gar nicht bekannt ist, weil du Bar bezahlt hast oder weil du, keine Ahnung, es per PayPal geschickt hast, dann kann das halt nicht gemeldet werden. Ähm, that's it. Also das ist es halt einfach. Ich habe die Frage zum Beispiel gehört, weil zum Beispiel die Umsatzsteuer-ID auch übermittelt wird. Fragt das jetzt jede Plattform ab? Nein. Also auch der Sign-Up-Prozess, du musst jetzt auch nicht bei Ebay klein anzeigen, alle Daten hinterlegen, die potenziell gemeldet werden können. Dann die Plattform melden die Daten, die sie haben und wenn sie bestimmte Daten nicht haben, dann werden die halt nicht gemeldet. Also du musst jetzt nicht zwingend anschließend über Ebay klein anzeigen, Ebay nochmal erzählen, wie viel Umsatz du tatsächlich damit gemacht hast. Ist nicht notwendig. Und es gibt ein paar Grenzen. Es wird nicht jeder Umsatz ab dem ersten Euro gemeldet. Da hat meine Kollegin Michelle eine schöne Grafik gebaut. Und zwar einfach mal ein Beispiel. Verkauf von Kleidung überwintet. Früher mal Kleiderkreise. Auch sehr aktive Community. Ähm, es gibt nämlich zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor deine Umsätze gemeldet werden. Erstens 30 Transaktionen auf, äh, diese, auf dieser Plattform. Beispielsweise Vinted. Genau das gleiche funktioniert bei, bei Ebay kleinen Anzeigen auch. Wenn du über 30 Transaktionen auf einer Plattform hast, dann geht eine Meldung raus an das Bundeszentralamt für Steuern. Wenn du keine 30 Transaktionen, also keine 30 Verkäufe pro Jahr hattest, dann prüfst du, wie viel Umsatz hast du gesamt gemacht in einem Jahr. Und wenn du dann über 2000 Euro Umsatz in einem Kalenderjahr gemacht hast, dann wird das Ganze, und zwar alles gemeldet an das Bundeszentralamt für Steuern. Und, also Bundeszentralamt für Steuern kümmert sich dann darum, die Informationen an dein Finanzamt zu übermitteln. Das heißt, dann weiß das Finanzamt Bescheid. Wenn du unter 30 Verkäufe hattest, also 25 beispielsweise, und unter 2000 Euro Umsatz gemacht hast, also 1800 Euro, dann geht auch keine Meldung raus an das Finanzamt. So viel erstmal zu dem Gesetz. Das bedeutet dringend nicht, und zwar auf keinen Fall. Und wirklich, es gibt wenige Steueränderungen, die ich nicht häufiger falsch irgendwo im Internet gelesen habe. Auch wirklich große Zeitungen und Newsseiten haben das falsch verstanden, falsch aufgeschrieben. Ich weiß nicht woher. Falls das jemand von euch sieht, hört, der gerne irgendjemand da eine Meinung haben möchte von jemand, der sich damit ein bisschen auskennt oder generell Steuer-Background hat, dann meldet euch. Dieses Gesetz ändert nämlich das deutsche Steuergesetz gar nicht. Das sind nicht die Grenzen, ab denen man Steuern bezahlen muss. Ihr müsst nicht Steuern bezahlen, wenn ihr über 30 Transaktionen seid und wenn ihr über 2000 Euro Umsatz macht. Das bedeutet aber auch nicht, dass wenn ihr automatisch drunter seid und keine Meldung rausgeht, dass ihr dann keine Steuern zahlen müsst. Das hat wirklich, um es mal simpel zu sagen, einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Wir schauen uns mal an, wann ihr in Deutschland Steuern bezahlen müsst auf Verkäufe, auf private Verkäufe. Das sind nämlich die Regelungen, die für die Plattformen geltend und die Plattformen werden mit diesem Gesetz verpflichtet, diese Umsätze und diese Transaktionen dann an das Finanzamt zu melden. Das bedeutet wirklich nicht, dass ihr dann auch Steuern bezahlen müsst. Gar nicht. Deswegen hier, dieses Gesetz ändert das deutsche Steuerrecht in keinster Weise. Es gibt eine Definition im Einkommensteuergesetz und zwar genauer gesagt im § 15 Absatz 2 Einkommensteuergesetz und da steht drin, was eine Selbstständigkeit ist. Weil das ist erstmal wichtig. Wenn du etwas verkaufst, solltest du als erstes prüfen, bist du eigentlich selbstständig. Dann hast du deutlich mehr zu tun, als einfach nur Steuern zu bezahlen. Dann musst du mir auch eine Buchhaltung machen, musst dich steuerlich registrieren und so weiter. Und im § 15 Absatz 2 Einkommensteuergesetz steht eine selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht Gewinn zu erzielen und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb. Klingt wie so ein Gesetz. So attraktiv wie so ein Gesetz halt klingen kann. Da steht viel drin, aber für unseren Zweck jetzt hier stehen zwei wichtige Informationen. Nachhaltige Betätigung, also selbstständige, nachhaltige Betätigung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Absicht Gewinn zu erzielen. Und das sind die beiden wichtigen Punkte. Wenn du einmal deinen Dachboden ausmistest und den ganzen Krempel, der da steht, und wenn es 50 Sachen sind und du die 50 Sachen über Ebay an Kleinanzeigen verkaufst, dann wirst du mit Sicherheit auch über 2.000 Euro Umsatz machen. Das heißt, du wirst sowohl über 30 Transaktionen haben, als auch über 2.000 Euro Umsatz machen. Das heißt, die Meldung wird rausgehen von Ebay an das Bundeszentralamt für Steuern über deine Umsätze. Das ist aber nicht nachhaltig, weil du hast nur einen Dachboden und den kannst du nur einmal ausmisten. Okay, vielleicht auch zweimal und dreimal, aber wenn er leer ist, ist er leer. Das ist keine nachhaltige Tätigkeit mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Gewinn sowieso nicht, weil auf dem Dachboden liegt meistens Krempel, den man sich vor Jahren irgendwann mal gekauft hat. Und das Geld, was du heute bekommst, ist ziemlich sicher weniger, als du irgendwann mal dafür bezahlt hast. Das heißt, es ist weder nachhaltig, noch hast du eine Gewinnerzielungsabsicht. Du hast die Absicht, Umsätze zu machen, ja. Also Geld reinzuholen. Das ist aber Umsatz. Gewinn um einen Gewinn zu ermitteln, muss auch die Einkaufskosten abzuziehen. Deswegen, für die allermeisten Fällen kommt das überhaupt da nicht in Frage. Ganz häufige Frage ist natürlich von Sammlern. Also wenn ich jetzt Sammelkarten habe, keine Ahnung, waren vor einigen Monaten ein Riesenhype plötzlich, aber es gibt natürlich auch noch Bereiche. So Pokémon-Karten aus den 90ern wurden für unglaublich viel gekauft und verkauft. Wenn das dein Hobby ist und du quasi Erlöse, auch wieder neu reinvestierst und so weiter und dein Plan dann nicht ist, Gewinne mitzumachen, dann ist das auch kein Gewerbe, weil du brauchst eine Gewinnerzielungsabsicht. Und das ist wichtig. Sammler und viele Sammler haben deutlich über 2.000 Euro Umsatz und deutlich über 30 Transaktionen, werden dadurch nicht steuerpflichtig. Aber natürlich musst du, wenn du merkst, dass dein Hobby des Sammelns irgendwann so lukrativ ist, dass du sagst, naja, eigentlich könnte ich auch damit Geld verdienen, dann ist das eine Gewinnerzielungsabsicht. Und dann musst du ein Gewerbe anmelden. Das musstest du aber ehrlicherweise auch schon immer. Das musstest du auch letztes Jahr und vor 3 Jahren und vor 4 Jahren. Wenn du das nicht gemacht hast, dann solltest du es dringend nachholen, weil das wird jetzt auffliegen. Aber dieses Gesetz verändert nichts an dieser steuerlichen Regelung. Deswegen, wichtig hier bleibt §15 Absatz 2 Einkommenssteuergesetz und der gilt schon deutlich länger als seit dem 01.01.2023. Das ist eine ganz wichtige, ganz, ganz wichtiger Part. Der BfH, also Bundesfinanzhof, das ist das oberste Finanzgericht. Das ist so, also wenn du zum Beispiel Streit mit dem Finanzamt hast, dann kannst du als erstes zum Finanzgericht gehen und so weiter. Und wenn du dich dann immer mit dem Finanzamt nicht einigen kannst, dann ist der BfH quasi so das Höchste, wo du hingehen kannst in Deutschland. Der hat irgendwann mal gesagt, bei 100 Auktionen, also das war ein ganz spezieller Fall, bei 100 Auktionen über Ebay, ich glaube, das war in einem Jahr, kann man davon ausgehen, dass es irgendwie nachhaltig ist. Das ist aber jetzt der spezielle Fall. Also wenn du jetzt davon ausgehst, also wenn du regelmäßig Flohmarkt einkaufst, versuch das online weiter zu verkaufen. Also das ist auch offensichtlich per Definition irgendwie eine gewerbliche Tätigkeit. Wenn du jetzt deinen großen Dachboden hast oder, keine Ahnung, Angehörige verstorben sind und du löst den Haushalt auf und so, das können auch mal über 100 Transaktionen sein. Wenn es eine einmalige Sache ist, kein Gewerbe und dann musst du dich erstmal mit Selbstständigkeit nicht beschäftigen. Bei Dienstleistungsplattformen, also zum Beispiel 99 Design, würde ich es tatsächlich so ein bisschen anders sehen, wenn du dich als Designer auf so einer Designer-Plattform anmeldest. Ja, dann kann das auch sein, dass, also erstens, hast du denn schon vor, einen Gewinn zu erzielen? Weil bei Dienstleistungen ist meistens Ankauf und Verkauf, also da macht man meistens schon Gewinn. Also es ist fast unmöglich, mit einer Dienstleistung Verlust zu machen, weil man halt keinen Kapitaleinsatz hat, keinen Einkauf hat. Und ehrlicherweise, warum meldet man sich über eine Dienstleistungsplattform an? Das müsstest du schon sehr begründen, warum du dich da nur einmalig anmelden möchtest. Deswegen würde ich persönlich jetzt sagen, das ist aber meine persönliche Meinung, bei so Dienstleistungsplattformen wie Upwork, Fiverr, Malt, 99 Design und so weiter, reicht das reine Anmelden und quasi Dienstleistungen anbieten reicht aus, um zu zeigen, naja, du willst das wahrscheinlich mehr als einmal machen und du hast wahrscheinlich auch vor, damit Gewinn zu machen. Das heißt, das wäre für mich eine Definition von Gewinnerzählungsabsicht und dann wärst du selbstständig. Glückskind schreibt, aber die Bezahlsysteme wird ein separater Vertrag mit OPP abgeschlossen, ähnlich wie bei Kleiderkreisel mit Mangopay. Bezieht sich, glaube ich, darauf. Genau im Gesetz, ich habe tatsächlich das Gesetz, wir können tatsächlich, habe ich extra für heute vorbereitet, wir können tatsächlich einfach mal dieses Gesetz anschauen und genau reingucken. Habe ich ein bisschen gemacht, weil tatsächlich gerade so wahnsinnig viel Informationen rumfliegen. Das ist ehrlicherweise keine super leichte Kost, das zu lesen, aber wir können das ja mal reingucken, denn die Plattform muss das nicht selber machen. Also ich gucke, wir gehen hier einmal rein, also das ist das Gesetz, hier sieht man, Gesetz über die Meldepflicht und den automatischen Austausch von Informationen gemeldeter Plattformbetreiber in Steuersachen, also Plattformensteuertransparenzgesetz. Das ist eigentlich auch schon Katastrophe, dass Plattformsteuertransparenzgesetz die Abkürzung ist, oder? Das Gesetz ist eigentlich noch deutlich länger. Hier, 20. Dezember, ist noch gar nicht so alt. Und hier steht unter Plattformen, Paragraph 3 steht erstmal, das was ich vorgelesen habe, eine Plattform ist jedes auf digitale Technologie beruhende System, das ist nutzendermöglicht und so weiter, habe ich vorgelesen. Relevante Tätigkeiten. Und dann steht tatsächlich hier im zweiten Satz, also unter den Punkten, eine Plattform liegt auch vor, wenn der Betreiber des Systems mit Anbietern oder anderen Nutzern Rechtsgeschäfte abschließt, die auf Nummer 1 und 2 gerichtet sind. Also wir dröseln das mal so ein bisschen auf. Das heißt, hier die Erbringung von Zahlungen mit einer relevanten Tätigkeit zusammenhängende Vergütung. Das heißt, hier geht es um die Bezahlung. Das heißt, eine Plattform liegt auch dann vor, wenn der Betreiber des Systems, also die Plattform mit Anbietern Rechtsgeschäfte abschließt, also einen Vertrag abschließt, die auf Nummer 1 oder 2 gerichtet sind. Und das wäre der Fall, wenn zum Beispiel Kleiderkreise einen Payment-Anbieter nutzt. Weil eine Plattform, also Vinted, hat ein Rechtsgeschäft mit MangoPay. Und dann gilt das auch. Also das ist so das, wie man es rauslesen kann. Das heißt, wenn ihr einen anderen Payment-Anbieter nutzt, dann ist das trotzdem so eine Plattform, weil das halt trotzdem auf dieser Plattform so stattfindet. Wadim schreibt, gilt das Gesetz auch für Verkaufsplattformen, die im Ausland wie in den Niederlanden sitzen? Ganz wichtige, gute Frage. Dieses Gesetz gibt es in Deutschland als quasi Resultat, es ist eine Umsetzung einer EU-Richtlinie. Also es gibt seit 2021 eine EU-Richtlinie und in der EU-Richtlinie wurden quasi die Länder aufgefordert, das in nationales Recht umzusetzen. Deswegen kannst du davon ausgehen, also dieses Gesetz gilt nur in Deutschland, aber du kannst davon ausgehen, dass alle anderen EU-Länder Gesetze erlassen werden, die inhaltlich sehr, 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 sehr ähnlich sind. Österreich hat das zum Beispiel gemacht, den Namen leider vergessen, in Österreich gilt ein sehr gleiches Gesetz auch seit dem 01.01.2023. Bei den Niederlanden weiß ich es leider nicht, aber du kannst davon ausgehen, dass dieses Gesetz zwar in Österreich, äh in Österreich, in Niederlanden nicht gilt, aber in Niederlanden quasi ein sehr ähnliches Gesetz gilt und wenn es noch nicht heute gilt, dann wird es sehr zeitnah in Kraft treten. Genau, Glückskind schreibt es. Schön, hier. Ja, es ist eine EU-Richtlinie, DAG 7, jedes EU-Land setzt dieses Gesetz um. Genau, kann man quasi davon ausgehen. Und tatsächlich auch, wenn du in den Niederlanden Umsatz machst, dann melden, also deswegen, also komm ich, vielleicht jetzt auch einmal, erstmal was wird gemeldet, in Deutschland zum Beispiel, aber auch, das wird in den Niederlanden genauso sein, wenn du in den Niederlanden Umsätze machst, dann geht das an das, ich weiß nicht, das Steuerinstitut in den Niederlanden, in Deutschland ist es halt das Bundeszentralamt für Steuern und dann wird das quasi auch nach Deutschland gemeldet. Das heißt, auch Umsätze, die du in den Niederlanden auf einer niederländischen Plattform machst, das wird gemeldet an dein Finanzamt. Das heißt, ja, das wird grundsätzlich so gemeldet. Danke. Michelle sitzt im Hintergrund, guckt, guckt, liest eure Kommentare mit, genau, in Österreich hat das, heißt das Plattformen-Meldepflichtgesetz, das gilt auch seit dem 01.01.2023. Einen wichtigen Punkt noch zur Steuer, ich habe gesagt, Gewinnerzielungsabsicht für Selbstständigkeit. Die Umsatzsteuer funktioniert tatsächlich ein bisschen anders, weil in der Umsatzsteuer gibt es noch eine eigene Definition von Unternehmer und da steht tatsächlich nicht die Gewinnerzielungsabsicht drin. Beim Umsatzsteuergesetz reicht es, wenn ihr das Ziel habt, Einnahmen zu erzielen. Das heißt, das reicht im Umsatzsteuergesetz aus. Das ist für euch nur so einmal zur Info, auch da müsst ihr nachhaltig selbstständig tätig sein und so weiter. Das heißt, es kann aber tatsächlich sein, dass ihr unter Umständen für die Einkommenssteuer kein Gewerbe habt, aber euch trotzdem mit der Umsatzsteuer beschäftigen müsst. Das sind aber so super Grenzfälle, wo das passieren kann. Ein Beispiel sind so Photovoltaikanlagen rein in der Praxis. Da ist ganz häufig kein Gewerbesliebhaberei nach dem Einkommenssteuergesetz, aber umsatzsteuerrechtlich doch nochmal anders zu behandeln. Das ist jetzt aber in den allermeisten Fällen jetzt hier bei dem konkreten Fall nicht der Fall. Jetzt fragen sich zu Recht viele Leute, wie ist das Ganze denn bei Privatverkäufen? Wie ist das dann, wenn ich irgendwas verkaufe? Meine Kleidung verkaufe? Mein Auto verkaufe? Meine Sammelkarten verkaufe? Mein was auch immer? Grundsätzlich haben wir gesagt, nachhaltige Tätigkeiten mit Gewinnerzählungsabsicht. Bist du sowieso selbstständig? Warst du vorher schon selbstständig? Da ändert das Gesetz gar nichts. Bei Privatverkäufen gibt es eine ganze Reihe, die du durchchecken musst. Erster Punkt. Verkäufe von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Das ist ein toller Begriff. Die sind sowieso nicht steuerpflichtig und das beinhaltet Kleidung, Spielsachen, Auto. Das heißt, alle Gegenstände, die du so im Alltag brauchst, die kannst du verkaufen. Mit Verlust, mit Gewinn. Verkauf sie, wie du willst. Die sind nicht steuerpflichtig. In den allermeisten Fällen machst du damit eh einen Verlust. Also ganz wenige Alltagsgegenstände steigen im Wert. Also das ist ja sowieso meistens ein Verlust, wenn du Ankaufspreis und Verkaufspreis gegenüberstellst. Aber tatsächlich, Gegenstände des täglichen Gebrauchs grundsätzlich nicht steuerpflichtig. Bei allen anderen Gegenständen, also ich würde mal sagen Wertgegenstände und dazu gehören Antiquitäten, auch Sammelkarten, Figuren, auch Luxusgegenstände. Also Oldtimer auch beispielsweise. Die zählen nicht als Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Das heißt, die werden nochmal anders, also das sind Wertgegenstände, die nicht zum Gebrauchen gekauft werden, sondern eher so als Wertanlage oder sowas. Die werden anders kategorisiert. Ich meine, eine Pokémon-Karte, Pikachu aus dem Jahr 1999, keine Ahnung, ist halt das Beispiel jetzt, das ist nichts, was ich täglich gebrauche. Das ist eine Wertanlage für mich, das ist ein bisschen was anderes. Bei solchen Gegenständen muss ich erstmal schauen, habe ich bei einem Verkauf überhaupt einen Gewinn gemacht? Also ich gucke mir an den Einkaufspreis und den Verkaufspreis. Wenn ich einen Verlust gemacht habe, muss ich mich nicht mit der Steuer beschäftigen, dann muss ich natürlich auf den Verkaufserlös auch keine Steuern bezahlen. Wenn ich aber bei dem Kauf und Verkauf meiner Pokémon-Karte einen Gewinn gemacht haben sollte, dann muss ich darauf schauen, wie lange habe ich diese Pokémon-Karte besessen. Denn es gibt eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Das heißt, wenn ich diese Pokémon-Karte oder jeden anderen Wertgegenstand, kann auch eine antike Kommode sein, die ich von Oma geerbt habe und dann weiterverkaufe. Wenn ich diesen Wertgegenstand länger als ein Jahr besessen habe und dann mit Gewinn verkaufe, auch steuerfrei. Komplett steuerfrei, scheißegal, selbst wenn ich 20.000 Euro damit Gewinn gemacht habe, egal, steuerfrei. Nur dann, wenn ich nicht selbstständig bin, also Privatverkauf, innerhalb eines Jahres kaufe und verkaufe und damit einen Gewinn mache, dann muss ich unter Umständen Steuern bezahlen. Aber da gibt es eine freie Grenze von 600 Euro. Das heißt, bis zu 600 Euro im Jahr kannst du tatsächlich solche innerhalb von 365 Tagen Kauf und Verkauf mit Gewinn machen und bis 600 Euro ist steuerfrei. Wenn du dann über 600 Euro liegst, dann kommt die Steuer ins Spiel und dann musst du tatsächlich diese Einkünfte als Einkommen versteuern und zwar als sogenannte sonstige Einkünfte, die trägst du ein in der Anlage SO. Die musst du dann ausfüllen. Und auch hier ein wichtiger Hinweis, das Ganze ist kein neues Gesetz. Das steht schon immer so im Steuergesetz. Das Plattformensteuertransparenzgesetz sorgt jetzt halt nur dafür, dass die Umsätze ans Finanzamt gemeldet werden. Das bedeutet aber nicht, dass steuerliche Handhabung und Gewichtung wird dadurch nicht verändert. Ich habe nochmal aufgezählt, für was gilt das eigentlich? Weil was ist täglicher Gebrauch? Das heißt, die Wertgegenstände sind Edelmetalle, also wenn du Gold, Silber, Barren natürlich hast, aber auch Münzen. Schmuck ist natürlich Wertgegenstände. So eine Rolex würde auch dazu zählen. Kunstgegenstände, Antiquitäten, Oldtimer, Briefmarkensammlung, Sammelkarten und ganz interessant, Kryptowährungen genauso. Also wenn du Kryptowährungen mit Verlust verkaufst, mein Beileid, aber du musst natürlich auch keine Steuern bezahlen. Wenn du Kryptowährungen, also wenn du heute einen Bitcoin kaufst, der verdoppelt sich, du hältst die aber länger als ein Jahr. Dann kannst du die auch mit 100.000 Euro Gewinn verkaufen. Das Ganze ist steuerfrei. Nur wenn du sie kürzer als ein Jahr gehalten hast, dann musst du darauf Steuern bezahlen. Und zwar mit deinem individuellen Durchschnittssteuersatz. Wie viel Steuer, kann ich pauschal nicht sagen. Wenn du 30% Steuern zahlst, dann 30%. Wenn 40%, dann 40%. Wenn 10%, dann 10%. Wie wird Maxine schreibt, zählen Handtaschen und Schmuck zu Kleidung? Das ist, also auch da muss man natürlich so ein bisschen schauen, was. Also Schmuck ist hier ja glaube ich sogar aufgezählt explizit als Wertgegenstände. Es ist natürlich ein bisschen abhängig von was du da sprichst. Also es ist ein Unterschied, ob du Modeschmuck hast oder einen 100-Euro-Schmuck hast oder ob du eine 10.000-Euro-Kette trägst. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ehrlicherweise, wenn du selber beschreibst und wahrscheinlich auch dein persönlicher Umgang damit, ist ja schon ein sehr guter Indikator. Also hast du es wegen dem Wert oder hast du es für den täglichen Gebrauch? Kann man, also da gibt es mit Sicherheit, kann ich dir aus Spornachnachung im Kopf nicht sagen, da gibt es mit Sicherheit auch noch Urteile, die das genau abgrenzen und so weiter. Du kannst grundsätzlich davon ausgehen, dass Schmuck und Kleidung, die du sehr regelmäßig auch im Alltag trägst und so weiter, dass das Alltagsgegenstände sind. Dinge, die du eher lieber in den Schließfach packen würdest, weil sie so wertvoll sind, sind halt eher Wertgegenstände. Heike schreibt, zählt auch günstiger Schmuck 10 bis 50 Euro, der vor Jahren verkauft wurde und jetzt zum fast identischen Preis privat verkauft wird, auch zu Wertgegenständen? Naja, nee, also wenn das so, ich würde mal sagen, wirklich Modeschmuck, dann ist das des täglichen Gebrauchs, weil hast du wahrscheinlich auch irgendwie, also ist von der Preisrange ja auch eher das. Und außerdem, wenn du das für den fast identischen Preis verkaufst, dann wirst du ja auch damit nicht mehr als 600 Euro Gewinn machen. Von daher ist sowieso für die Steuer irrelevant. Also wichtig da ist ja, selbst wenn es ein Wertgegenstand wäre und wir reden von 50 Euro, selbst wenn du 100 Euro verkaufst, also Wert verdoppelt hast und du das vor Jahren, dann ist die Spekulationsfrist über ein Jahr, dann ist das sowieso egal. Also dann bist du raus, weil kein Wertgegenstand, weil du hast es länger als ein Jahr gehabt und drittens hast du damit auch mit Ankauf und Verkauf keinen Gewinn gemacht. Das heißt, du hast drei Gründe, warum es nicht steuerpflichtig ist. Also da musst du dir überhaupt gar keine Gedanken machen. So viel zu dem ganzen Thema. Vielleicht noch so eine Verbildlichung zu dem ganzen Ding, weil ich gerade im Internet lese, nee, man hat ja jetzt 2000 Euro frei. Nein, hat man nicht. Die Steuergesetze gelten. Das Plattformsteuertransparenzgesetz gilt nur für die Datenübermittlung für die Plattform. Es kann sein, dass das Finanzamt ganz viele Daten hat, mit denen sie nie was machen, weil das sind Privatverkäufe. Also weil auch die nicht steuerlich relevant sind. Dann wird dich das Finanzamt nicht dazu zwingen, plötzlich Steuern darauf zu bezahlen. Nein, die Steuergesetze gelten nach wie vor. So ein bisschen kann man das vergleichen. Dieses Plattformsteuertransparenzgesetz ist halt der Blitzer. Ja, du kannst über eine rote Ampel fahren, wenn du willst. Und vielleicht passiert auch nichts. Was das Finanzamt jetzt macht mit diesem, oder nicht mal das Finanzamt, was der Gesetzgeber, die EU jetzt macht, die stellen halt einen Blitzer neben die Ampel. Und jetzt fällt es halt auf, wenn du über Rot fährst. Das heißt, und ehrlicherweise gibt es davon auch wahnsinnig viele, die über diese Online-Plattformen eine gesamte Selbstständigkeit, ein großes Unternehmen aufbauen und da viele umsetzen, viele Gewinne mitmachen. Und das nie abführen und nie melden. Und keiner merkt es. Und das heißt, die fahren die ganze Zeit über Rot. Und jetzt steht da halt ein Blitzer. Und jetzt geht es nicht mehr. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute, wenn keiner hingeguckt haben, schön brav, vorbildlich nach deutschem Steuergesetz alles gemacht haben, bei Rot angehalten, bei Grün fahren sie und so, denen wird auch in Zukunft nichts was sehen. Nur weil da ein Blitzer steht, müssen nicht alle Leute ausrasten und sagen, oh Gott, aber wenn ich jetzt über Rot fache. Ja, wenn du das nicht tust und dich an die Gesetze hältst, dann ist ja alles in Ordnung. Deswegen wichtig, dieses Plattformsteuertransparenzgesetz ist keine rote Ampel oder keine neue Ampel. Das ist der Blitzer, der kontrolliert, ob die Steuergesetze auch so eingehalten werden. Ich glaube, das verdeutlicht das vielleicht so ein bisschen. Deswegen ist ganz viel Drama, was man so liest im Internet, vollkommen unberechtigt. Topsten finde mein Beispiel auch gut. Genau. Habe ich irgendwann angefangen, das zu nutzen. Darum geht es. Und auch nur die wird es treffen. Ich habe gerade bei der Sammler, und ich verstehe das, weil bei Sammlern werden die Daten ans Finanzamt gesendet. Aber ganz ehrlich, das Finanzamt hat sowieso viele Daten über euch. Ob man es gut findet oder nicht, okay, fair enough, kann mal drüber diskutieren. Aber steuerlich ändert sich durch dieses ganze Ding halt einfach nichts. Fireball hat geschrieben, habe jetzt ein Gewerbe angemeldet wegen Reselling. Darf ich meine privaten Sachen noch mit an meinem Zweitaccount verkaufen? Ja, darfst du. Da wäre aber sehr wichtig, dass du das sauber, wenn du selbstständig bist im gleichen Bereich, musst du natürlich das sauber dokumentieren. Also da würde ich dir dringend empfehlen, dass du auch die privaten Dinge sauber dokumentierst. Einfach, damit du den Nachweis hast. Ich würde es vergleichen, und ich glaube, das Beispiel ist für jeden denn sehr logisch. Das ist für Reselling. Ich weiß nicht, was du machst. Kleidung vielleicht. Es ist unüblicher, aber so ein Autohaus. Natürlich kann ein Autohaus für seine Mitarbeiter auch Firmenwagen haben. Und natürlich, also auch der Autohausbesitzer darf auch ein Privatauto fahren. Das heißt, da gibt es dann die Autos als Ware und dann gibt es die Autos als, ich würde mal sagen, Anlagevermögen, weil das die gehören dem Betriebsvermögen, weil die dauerhaft quasi den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Und der Inhaber hat auch privaten Auto. Und natürlich darf auch ein Autohausbesitzer sein Auto privat verkaufen. Gar kein Problem. Der muss das aber natürlich dann dokumentieren. Sonst, ja, sonst, also da wird das Finanzamt einfach genauer hingucken. Das ist jetzt keine pauschale Unterstellung für alles, aber natürlich dürftest du, wenn es jetzt um Kleidung geht, dürftest du deine private Kleidung privat verkaufen und die, die du kaufst und zu verkaufen. Das ist dann halt Teil deines Gewerbes. Vielleicht hilft der Vergleich mit Autohaus. Vielleicht hat er dich auch nur verwirrt. Wie ist das, wenn ich als Technikenthusiast, wenn ich Technikenthusiast bin, der sich privat mehrfach im Jahr Dinge wie Laptops, Smartphones und so weiter kauft, sie ausprobiert und nach einigen Monaten wieder mit Verlust verkauft und dieser Verlust auch deutlich forciert wird. Zum Beispiel einstellen bei Ebay zum Festpreis, der immer unter dem Einstandspreis liegt und der Umsatz, aber unter der Umsatzsteuergrenze bleibt. Also zwar irgendwie nachhaltig, weil er macht es wieder, also er hat, ich werbe einfach die Infos mal rüber und gehe dann gleich mal durch. Nachhaltig, aber ohne Gewinnerzielungsabsicht. Kann das Finanzamt dann einfach eine gewerbliche Tätigkeit festlegen? Genau, ganz wichtige Frage, auch die Angst habe ich ganz häufig gehört, kann das Finanzamt das einfach, das ist doch Willkür. Nein, auch das Finanzamt muss sich an das deutsche Steuergesetz halten und wie hier der Kollege schreibt, sagt er, es ist nachhaltig, keine Gewinnerzielungsabsicht, bedeutet kein Gewerbe. Das steht so im Gesetz in §15 Absatz 2 und §15 Absatz 2 gilt auch für das Finanzamt. Das Finanzamt wird in diesem Fall nicht eine Selbstständigkeit unterstellen. Bei ihm ist das trotzdem noch interessant, es geht also um Technik, also Laptops, Smartphones, das sind ganz klar Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Das heißt auch als Privatverkauf nicht steuerpflichtig. Dann sagt er, während eines Jahres kauft und verkauft, das heißt die Spekulationsfrist ein Jahr ist egal, hält er nicht ein, aber Verlust. Das heißt täglicher Gebrauch sowieso nicht steuerpflichtig, Verlust dann auch sowieso nicht steuerpflichtig. Das heißt auch er oder du, falls du zuguckst, musst dir darum keine Gedanken machen, keine Selbstständigkeit und auch als Privatverkauf definitiv nicht steuerpflichtig. Dennis fragt, wie ist es, wenn sich die Plattform nicht zu DAG 7 äußert per Anfrage? Grundsätzlich gar nicht. Also die Plattformen kriegen, werden eine Strafe bekommen. Da kannst du davon ausgehen, dass der deutsche Staat sich da irgendwann straight darum kümmern wird, wenn sie die Informationen rausrücken. Da werden sie wahrscheinlich hart vorgehen. Aber für dich persönlich ist das vollkommen irrelevant, was die Plattform dem Staat meldet. Weil du musst nach den Grenzen, nach denen ich das gesagt, also nach denen, die ich vorgestellt habe, danach musst du entscheiden, ob du Steuern zahlen musst oder nicht. Auf welcher Plattform du das machst oder ob du es bar machst oder ob du es auf dem Flohmarkt machst oder egal wo, das ist vollkommen irrelevant. Du musst dich halt ans deutsche Steuergesetz halten. Also du kannst natürlich rein aus Interesse der Plattform eine Anfrage stellen. Es ist für dich und die Einschätzung deines Sachverhaltes ist tatsächlich vollkommen egal, was die Plattform macht. Das ist vollkommen plattformunabhängig, ob du irgendwie steuerpflichtig bist oder nicht. Eine Frage. Hallo, ich bin YouTuber und habe auch schon ein Gewerbe angemeldet, wollte nun dieses Jahr meine Einnahmenüberschussrechnung für die Steuer machen. Wenn keinen Gewinn erzielt habe, ist das okay. Ja, du musst keinen, also auch wenn du selbstständig bist, musst du keinen Gewinn erzielen. Der Vorteil von einer Selbstständigkeit oder von einer Steuerpflicht generell ist, wenn du steuerpflichtig bist, also wenn du die positiven Einnahmen versteuern musst, heißt es auch, wenn du mal Verluste machen kannst, dass du das steuerlich tatsächlich geltend machen kannst und für dich quasi als eine Art Gutschrift, ist rechtlich vollkommen falsch, aber eine Art Gutschrift nutzen kannst. Das heißt, unbedingt solltest du auch eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Wird dir wahrscheinlich finanziell gut tun. Sehr, sehr wahrscheinlich. Fireball. Schreibt noch einmal, muss diese Plattform mich informieren, wenn sie diese Daten beim Finanzamt meldet? Also ich habe dazu nichts gelesen. Das ist das Gesetz. Ich habe dich jetzt hiermit informiert. Aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das können wir uns tatsächlich mal anschauen. Und zwar habe ich ja das schöne Gesetz und wir gucken einfach mal im Gesetz, damit du einmal informiert bist. Fireball, ich weiß nicht, über welche Plattform du sprichst, aber ich kann dir trotzdem sagen, welche Informationen über dich gemeldet werden. Das heißt, was meldet diese Plattform eigentlich über dich? Das steht relativ weit unten, glaube ich. Registrierung, Meldepflicht. Hier, meldepflichtige Informationen. Paragraph 14. Meldende Plattformbetreiber haben für jeden meldepflichtigen Anbieter, also das sind die Nutzer auf der Plattform, die etwas anbieten, der eine natürliche Person ist, was du bist, außer du hast eine GmbH, die folgenden Informationen zu melden. Das heißt, von dir wird gemeldet, Vor- und Nachname, dein Wohnsitz, deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Das ist die Nummer, die man einmal zur Geburt bekommt oder ganz, ganz früh bekommt zumindest und die sich auch nie verändert, egal, auch bei Umzügen nicht und so. Und falls vorhanden, die Identifikationsnummer für Umsatzsteuerzwecke, also die Umsatzsteueridentifikationsnummer, dein Geburtsdatum, sofern vorhanden, die Kennung des Finanzkontos, also zum Beispiel die Kontoverbindung, das Auszahlungskonto oder aber auch Paypal. Sofern vorhanden, Name des Inhabers des Finanzkontos, also bist du Inhaber von dem Auszahlungskonto oder ist es unter Umständen jemand anderes? Auch das ist natürlich eventuell steuerlich interessant, wenn man versucht, illegal irgendwo Geld verschwinden zu lassen. Hier, es wird spannender, jegliche Gebühren, Provisionen und Steuern, die der Plattformbetreiber einbehalten hat. Also beispielsweise auf Airbnb musst du ja als Vermieter Airbnb-Gebühren bezahlen. Diese Gebühren, diese Airbnb-Gebühren werden gemeldet. Genau. Und in jedem Quartal gezahlte Vergütungen. Das heißt, was wurde tatsächlich gezahlt oder auch gut geschrieben? Das heißt, auch wenn es nicht auszahlen lässt, auch dann. Und die Anzahl der Tätigkeiten. Warum? Ja, wenn man sieht, dass jemand über Airbnb, keine Ahnung, 100 Buchungen im Jahr hat, weißt du, das war nicht einmalig, sondern das war nachhaltig. Das sind die Informationen. Das heißt, vollkommen egal, über welche Plattform du redest, diese Informationen wird diese Plattform melden. Und zwar einmal im Jahr, immer bis zum 31. Januar des folgenden Jahres. Deswegen, ja, keine Ahnung, ob dich die Plattform nochmal extra informiert. Ehrlicherweise glaube ich nicht. Ich habe dich jetzt informiert. Liebe Grüße von der Plattform, welche auch immer. Nächste Frage. Also ist damit nicht das Nutzen von zum Beispiel AdSense auf dem Blog gemeint. Was ist mit EloPage und Digistore, wenn diese Plattform nutzt, um seine Produkte zu verkaufen? Ein ganz wichtiger Hinweis, den ich auch bekommen habe, ganz häufig, hole ich ein bisschen weiter aus. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz, ganz wichtig, bei allen Plattformen, über die wir sprechen, ihr müsst bitte verstehen, mit wem schließt ihr Rechtsgeschäfte ab? Also mit wem habt ihr hier eigentlich einen Vertrag? Wenn ich zum Beispiel YouTuber bin, jetzt zum Beispiel auch, ihr und ich, wir haben irgendwie eine Art von Beziehung. Ihr guckt mir nämlich zu. Es gibt auf YouTube die Möglichkeit, habe ich ausgestellt, aber ihr könntet theoretisch über YouTube Donations geben, über den Chat. Also so Superchat und dann, keine Ahnung, gebt ihr mir einen Euro und dann sehe ich eure Nachricht besonders groß und so weiter und dann, keine Ahnung, macht ihr auf euch aufmerksam und ich wahrscheinlich ja, dass ich auf euch eingehe und die Frage beantworte und ich verdiene damit Geld. Klingt wie eine Plattform, oder? Ihr gebt mir Geld. Vertraglich passiert da was ganz anderes. Vertraglich würdet ihr nämlich, wenn ihr einen Euro zahlt, zahlt ihr die einen Euro an YouTube und YouTube zahlt mir Provisionen dafür, weil ich hier Leute unterhalten habe und Umsätze für YouTube generiert habe. Das heißt, ich habe einen Vertrag mit YouTube und ihr habt einen Vertrag mit YouTube. Das ist keine Plattform, weil ich habe nicht einen Vertrag mit euch, sondern ich habe immer nur mit YouTube eine Plattform. Genau das Gleiche ist bei AdSense. Wenn du AdSense eingebunden hast, ja, dann sehen zwar deine Blog-Webseiten-Visiter, sehen zwar die Werbung, sind auch der Grund, warum du Geld verdienst. Dein Vertrag ist aber immer mit YouTube. Das Gleiche ist bei Twitch-Donations. Das Gleiche gilt übrigens auch zum Beispiel bei Amazon, KDP, also Kindle Direct Publishing. Du verkaufst, wenn du über KDP Bücher verkaufst, verkaufst du keine Bücher an die Endkunden. Du verkaufst Lizenzrechte an deinen Texten an Amazon. Das heißt, dein Geschäftspartner ist immer Amazon. Das ist nicht der Endkunde vom Buch. Das bedeutet, das ist keine Plattform. Du hast keinen Kontakt mit dem Endkunden. Dein einziger Geschäftspartner ist Amazon. Also nach der Definition keine Plattform. Das Gleiche gilt übrigens auch für Digistore. Von wem kriegst du denn die Rechnung? Und wem stellst du die Rechnungen? Wenn du über Digistore 24 verkaufst, du kriegst ja das Geld immer von Digistore 24. Also du kriegst auch die Gutschriften immer nur von da. Du hast keine Rechnungen an die Endkunden. Das bedeutet, nach der Definition, keine Plattform. Das heißt, auch Digistore wird das nicht melden. Zumindest so, wie ich Digistore kennengelernt habe. Bei EloPage ist es tatsächlich anders. EloPage kannst du nämlich anders benutzen. EloPage kannst du, du kannst ihn, keine Ahnung. EloPage habe ich früher mal selber benutzt, aber du kannst also Reseller-Modus und ich weiß es nicht. Bei EloPage kommt sehr darauf an, stellst du quasi eine Rechnung an den Endkunden? Also ist es wirklich eine Art Plattform oder ist EloPage Reseller? Und du kriegst quasi, hast auf deinen Gutschriften und deinen Rechnungen EloPage stehen. Das ist der große Unterschied. So wie ich EloPage kenne, sollte aber EloPage grundsätzlich betroffen sein von dem Gesetz und wird diese Umsätze mit Sicherheit dann auch melden. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Anderes Beispiel, auch Frage häufig gehört, Merch bei Amazon. Das heißt, ich verkaufe T-Shirts mit irgendwelchen witzigen Prints, mit irgendwelchen Sprüchen und so weiter, verkaufe ich auf Amazon. Auch das ist keine Plattform, weil auch da verkauft ihr Lizenzen an euren Prints, an euren Designs, an euren Sprüchen, an Amazon. Das heißt, euer Kunde ist einfach immer Amazon und der Endkunde kauft bei Amazon. Das heißt, ihr habt keine direkte Geschäftsbeziehung. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt wahnsinnig viele Geschäftsmodelle. Da müsst ihr halt mal genau reingucken, mit wem habt ihr eigentlich Rechtsgeschäfte? Von wem kriegt ihr eigentlich Geld? Wie ist eigentlich genau das für die Vertragsbeziehungen? Weil das sind keine, da ist Amazon wie so ein Reseller. Und das ist keine Plattform. Das wird nicht gemeldet. Was aber am Ende auch nichts ändert, weil die deutschen Steuergesetze gelten ja trotzdem für euch. Dora schreibt, ich habe 2022 auf einer Plattform Sneaker verkauft, die Auszahlung aber immer noch nicht erhalten. Die Steuern muss ich so oder so abgeben oder werden diese Verkäufe gemeldet? Das ist abhängig davon, ob hier, ich gehe noch einmal auf die alles entscheidende Folie. Davon ist das abhängig. Sneaker? Auf einer Plattform Sneaker verkauft? Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Paar Sneaker verkauft hast oder ganz viele. Also, wie viele Transaktionen hattest du? Wenn du ein Paar verkauft hast, eine Transaktion, dann bist du drunter. Dann musst du gucken, wie viel Umsatz. Naja, gibt doch teure Sneaker. Wenn du da über 2000 Euro warst, wird gemeldet. Wenn nicht, denn nicht. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Nur weil das gemeldet wird, heißt das noch lange nicht, dass damit deine Steuer erledigt ist oder die Steuer einbehalten wird. Gar nicht. Die Plattform wird sich nicht um deine Steuererklärung kümmern. Du musst für dich prüfen, bist du selbstständig oder ist dieser Privatverkauf steuerpflichtig? Und das machst du halt entsprechend hier. Entweder bist du selbstständig oder Privatverkäufe und dann musst du das einmal durchprüfen. Die Plattform wird das nicht für dich machen. Dora schreibt, ich meinte, dass die Verkäufe 2022 waren. Ich habe das Geld aber noch nicht erhalten. 2023 habe ich auf der Plattform nichts mehr verkauft. Fällt das unter das neue Gesetz, da die Auszahlungen 2023 sind? Eine sehr gute Frage. Und ich bin ja gut vorbereitet und mir gedacht, heute hilft es bestimmt, ab und zu ins Gesetz gucken zu können, weil auch das ist geregelt. Und zwar steht hier oben irgendwo Plattformen, Anbieter, Nutzer. Erstmal, ein Anbieter ist jeder Nutzer, der zu irgendeinem Zeitpunkt im Meldezeitraum auf einer Plattform registriert ist und eine relevante Tätigkeit anbieten kann. Das bedeutet, wenn du auf einer Plattform registriert bist, an irgendeinem Zeitpunkt, zum Beispiel heute jetzt gerade und der Meldezeitraum ist dieses Kalenderjahr auf der Plattform und du kannst etwas anbieten. Das wäre nach meiner Interpretation, kannst du besser einschätzen, die Definition von ja, das wird gemeldet. Allerdings auch hier immer nur, wenn du in diesem Jahr über 30 Transaktionen, über 2000 Euro Umsatz machst. Das heißt, wenn du dieses Jahr nichts machst, bist du grundsätzlich ein Anbieter, der grundsätzlich gemeldet wird, aber du überschreitest halt nicht die Grenzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann tatsächlich gemeldet wird, wenn du in diesem Jahr nichts mehr machst, ist dann doch relativ klein. So, nächste Frage. Bei eBay-Kleinanzeigen nach dem Barverkauf einfach mit, ich wurde nicht verkauft, rausnehmen. Ja, grundsätzlich. Du kannst machen, was du willst. Es ist ja auch vollkommen egal, was eBay-Kleinanzeigen meldet. Hier komme ich wieder zu dem Punkt, wir sind irgendwo auf dem Land, eine rote Ampel. Du kannst da rüberfahren. Was jetzt aufgebaut wurde, ist der Blitzer, der dich blitzt. Es ist vollkommen egal, was du bei eBay rumklickst und angibst und so weiter. Es ist wirklich vollkommen egal. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Das hat sich dadurch nicht geändert. Natürlich kannst du Steuern hinterziehen. Jeder kann Steuern hinterziehen. Es ist halt illegal. Das hat sich aber durch das Gesetz nicht verändert. Und wenn du steuerfreie Umsätze machst, Privatverkäufe hast, dann ist das auch fein. Die waren vorher steuerfrei, die sind immer noch steuerfrei. Es ist vollkommen egal, ob das Finanzamt irgendwelche Umsätze hat, die für dich am Ende sowieso steuerfrei sind. Das Finanzamt wird nicht kommen und sagen, jetzt überlege ich mir eine neue Steuer. Das ist überhaupt nicht das Interesse. Der Plan, der Grund, warum das hier ist, sind die wirklich gewerbsmäßigen Online-Unternehmen, die eine große Konkurrenz sind für diejenigen, die das ehrenhaft versuchen aufzubauen, nie Steuern bezahlen, alles einfach dran vorbeifedienen, die werden auffallen. Irgendjemand, der seine Schuhe verkauft über irgendeine Plattform, das interessiert das Finanzamt so gar nicht. Deswegen, ja, ihr könnt ja alles, es wurde nicht verkauft rausnehmen. Aber wie gesagt, das ist, du kannst auch, wenn weit und breit keiner da ist, kannst du auch über Rot fahren. Ich bin da nicht der Moralapostel, der euch sagt, darfst du nicht machen. Was ich euch nur sagen kann, da steht jetzt ein Blitzer. Und du kannst natürlich sagen, ja, da fahre ich halt hinten rum. Ja, kannst du machen. Ich kann dir nur sagen, ja gut, ist dann halt trotzdem verboten. Aber es ist dein Risiko. Aber deswegen, in den allermeisten Fällen sollten private Verkäufer eh nicht steuerpflichtig sein. Ah, und da kommt ja auch gleich, guck mal, das hinter dem Blitzer längs fahren geht nicht mehr. Das heißt, als nicht verkauft, kannst du nicht mehr markieren. Es gibt nur noch Anzeige löschen. Ja, ganz ehrlich, ich will euch erklären, was auf euch zukommt. Ich bin wirklich, ich bin hier nicht da, um den erhobenen Moralzeigefinger zu zeigen. Macht, was ihr wollt, bitte. Außer ihr seid unsere Mandanten. Also wenn ihr jetzt bei der Kontistollberatung seid, dann verbiete ich es euch, weil wir dafür haften, was für einen Krempel jeder macht. Wobei wir uns das schon auch einmal im Jahr bestätigen lasst, dass ihr uns alles angegeben habt. Und da solltet ihr natürlich nicht lügen. Also, oh mein Gott. Wenn eine Plattform wie Apple App Store oder Google Play bereits die Umsatzsteuer einbehalten und abführen und ich nur die monatliche Auszahlung ohne Steuer erhalte, wie für Buchen. Genau, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch da, ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich keine Ahnung, keine aktuelle Rechnung dafür habe. Es ist nach Definition Plattformsteuertransparenzgesetz, bin ich mir ziemlich sicher, dass Apple und Google keine Plattformen sind, sondern, dass du eine Geschäftsbeziehung mit diesen hast. Und dann bekommst du von Apple und Google ja eine Auszahlung, eine Gutschrift. Meistens. Und dann buchst du das, was da drauf ist jeweils. Das heißt, das ist zumindest nach dem Plattformsteuertransparenzgesetz keine Plattform. Das heißt, damit auch nicht erfasst. Genau. Ich habe da noch mal eine Frage zum Steuertransparenzgesetz und zwar noch mal Thema YouTuber. Wenn ich Einnahmen mit YouTube zum Beispiel spenden mache und Tippy Stream oder YouTube, wird das gemeldet? Nein, das ist genau das Beispiel. Warst du wahrscheinlich gerade nicht dabei. Dann kriegst, also ich habe das genau andersrum gemacht, dann kriegst du das Geld immer von YouTube. Das heißt, jeder Spender spendet an YouTube, nicht an dich und du bekommst von YouTube einen Anteil. Das heißt, dein Geschäftspartner ist immer Google beziehungsweise YouTube. Das heißt, das ist keine Plattform. Da ist YouTube mehr sowas wie ein Reseller. Aber dein Geschäftspartner ist nicht der Spender, sondern immer die Plattform. Bei Tippy Stream. Ein Moment, ich schaue das mal nach. Ich habe das tatsächlich vor einer Weile recherchiert. Stream. Ich finde es leider nicht. Also bei Tippy Stream kann ich es ja nicht sagen. Du musst genau schauen, wer auf der Auszahlung von Tippy Stream dein Geschäftspartner ist. Ich vermute auch, dass das Tippy Stream ist. Und damit ist das auch keine Plattform. Weil dann ist Tippy Stream quasi dein Geschäftspartner. Und dann hast du nur einen Geschäftspartner. Das ist dann keine Plattform. Ah, auch eine wichtige Frage. Wenn ich das richtig verstehe, gilt das aber nicht für Ankaufplattformen wie Rebuy, Momox und so weiter. Also diese Plattformen, wo du quasi dein iPhone, dein Laptop und so ein Zeug verkaufen kannst. Nein. Weil auch das sind Reseller. Das heißt, auch da hast du ja keine Vertragsbeziehungen mit dem zukünftigen Käufer von deinem Handy, sondern du verkaufst es an ein Unternehmen. Das heißt, du hast es immer das. Das ist deswegen nach der Definition keine Plattform. Aber wie gesagt, da geht es nur um die Meldungen. Da geht es nicht um eure Steuerpflicht. Auch ein wichtiger Punkt. Was mit den Jahren davor? Werden die auch berücksichtigt? Nein. Nicht durch dieses Gesetz. Also Umsätze, die ihr letztes, vorletztes Jahr gemacht habt und so weiter, werden nicht durch das Gesetz abgedeckt und gemeldet. Das bedeutet aber nicht, dass das automatisch steuerfrei ist. Wie gesagt, die Steuergesetze gelten nicht seit dem 1. Januar 2023. Die gelten schon deutlich länger. Das Einzige, was jetzt neu ist, die rote Ampel ist nicht neu. Der Blitzer vor der roten Ampel, der ist neu. Deswegen, wenn du letztes Jahr gewerblich tätig warst und Gewinne gemacht hast oder steuerpflichtige Umsätze gemacht hast, dann solltest du es trotzdem erklären, weil alles andere ist sonst Steuerhinterziehung. So, Servus. Ich gehe mal, ich gehe normal arbeiten. Ich habe noch ein Kleinunternehmen inklusive Nebenerwerb ohne Paragraf 19 Umsatzgesetz. Also nicht als Kleinunternehmer. Meine Frau geht normal arbeiten und verkauft regelmäßig die alten Kleider von uns und den Kindern auf Wintet. Müssen wir hier noch genauer aufpassen? Nein, müsst ihr nicht. Kleidung sind Gegenstände des alltäglichen Bedarfs, Gebrauchs, wie auch immer und sind damit grundsätzlich steuerfrei. Sehr guter Kommentar übrigens. Möchte ich euch nochmal vorlesen. Danke, ich habe keine Ahnung, wie man das Gesetz missverstehen kann. Es heißt ja Transparenzgesetz und nicht Privatverkaufsteuereinführungsgesetz. Das Gesetz daher lediglich der Durchsetzung der schon bestehenden Rechts. Genau. Es heißt Transparenzgesetz und nicht Privatsteuerpflichtgesetz. Wenn ich mein Auto privat verkaufe, das ohne Gewinn gemacht habe, muss ich dieses Geld 20.000 Euro versteuern. Muss ich das nun angeben? Es bleibt bei ein Auto im Jahr. Na, immerhin ein Auto im Jahr. Nein. Auch zwei Dinge. Autos sind Gegenstände des privaten Gebrauchs. Deswegen schon mal nicht steuerpflichtig. Zweiter Punkt. Du hast keinen Gewinn gemacht. Auch nicht steuerpflicht. Auch raus. Also komplett steuerlich relevant. Auch eine gute Frage. Dann wird zum Beispiel Ebay demnächst alle privaten Verkäufer anschreiben und deren Umsatzsteuer-ID zu erfahren. Denn derzeit liegt die ja gar nicht vor. Und Ebay kann die Angaben auch nicht prüfen. Zum Beispiel durch einheitlichen, erheblichen Teil der Zahlendreher. Also, weil bei vielen Nummern ein Zahlendreher sein muss. Nein, die Plattformen werden euch jetzt nicht anschreiben, plötzlich alle Informationen zu bekommen. Was nicht da ist, wird nicht gemeldet. Meine persönliche Meinung. Grundsätzlich finde ich den Grundgedanken vom Gesetz tatsächlich sehr gut. Was mich stört, ist, dass da irgendwelche Daten von der Plattform ans Finanzamt gesendet werden. Während die Plattformen mir als Dienstleister, als Verkäufer ganz häufig keine vernünftige Übersicht darüber geben, wie viel Umsätze und so weiter ich gemacht habe. Und ich denke mir, wenn diese Daten eh schon generiert und erhoben werden, warum nutzt man das nicht so, dass wenn ich da schon steuerpflichtige Sachen mache, dass das irgendwie in so einer Art vorausgefüllten Steuererklärung landet. Das ist ja bei Angestelltenverhältnissen auch so. Wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer meldet, dann kann ich mir ja per Datenabruf diese Daten in meinem Steuererklärungsprogramm quasi abrufen. Also beispielsweise meine Lohnsteuer-Daten, dann ist meine Lohnsteueranlage N in der Steuererklärung ausgefüllt. Finde ich super bequem. Und ich frage mich, wenn der Gesetzgeber sowas entlässt, wie gesagt, grundsätzlich finde ich es gut, aber es wäre doch halt auch schön, wenn ich mir diese Daten in meine Steuererklärung quasi abrufen kann. Dann hätte ich auch einen Vorteil davon, weil ich mich mit der Überwachung und Haltedauer und so weiter nicht auseinandersetzen müsste. Es wäre ja ganz schön, wenn ich es zumindest als Vorschläge in der Steuererklärung hätte. Da wäre quasi ein Bequemlichkeitsvorteil für mich drin gewesen, den ich jetzt so gerade nicht sehe. Und da denke ich tatsächlich, Gesetz vom Gedankengang absolut richtig. Von der Umsetzung hätte man das Ganze auch umfangreicher, ich würde mal sagen ganzheitlicher betrachten können und sich überlegen können, was hat denn eigentlich der Steuerpflichtige oder wie hätte eigentlich der Steuerpflichtige, also ich, anschließend auch einen Vorteil davon gehabt. Ist nicht passiert. Schade. Chance verpasst. Das ist so meine persönliche Meinung zu dem Gesetz. Ansonsten aber im Augenblick wahnsinnig viel Drama um nichts eigentlich, weil sich eigentlich in der steuerlichen Pflicht nichts verändert hat. Sven schreibt, ja, aber das gilt, ja, es gilt da nicht, aber wenn du auf Dauer immer die gleichen Sachen verkaufst wie dreimal das doppelte Buch, wird es irgendwann mal auffallen. Das bezieht sich wahrscheinlich auf irgendwas, was davor geschrieben wurde. Genau das ist der Punkt. Ich meine, wenn du monatlichen Dachboden ausmistest und monatlich drei, drei, keine Ahnung, Schrankwände verkaufst, dann ist, also genau, das sieht das Finanzamt jetzt in Zukunft und wird dann auch hinterfragen, wie viele Schrankwände hat der Typ eigentlich in seiner Wohnung stehen gehabt. Und dann ist natürlich auch vollkommen zu Recht der Anlass, da mal genau hinzugucken. Vollkommen zu Recht. Deswegen ja, aber es gibt auch Leute, ich kenne dich tatsächlich auch, die lesen und verkaufen die Bücher direkt wieder. Also auf Ebay gekauft, gleich wieder verkauft. Ey, mach. Und dann hast du im Zweifel 100, falls jemand so viel lesen kann, 100 Bücher gekauft und verkaufst, dann hast du ganz viele Transaktionen, wirst dadurch aber nicht steuerpflichtig. Nur weil du Bücher liest, überhaupt nicht. Aber genau, richtiger Punkt. Es kann zumindest Auffälligkeiten können beobachtet werden. Niklas schreibt, also ich verkaufe ja auch über Ebay, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, bedeutet das Gesetz, dass sich für mich persönlich im Prinzip überhaupt nichts ändert. Genau. In den aller, aller, allermeisten Fällen ändert sich gar nichts. Ich verstehe diese ganze Aufregung nicht und habe auch eigentlich dieses Webinar wegen dieser ganzen Aufregung auch angesetzt und nicht, weil ich das inhaltlich als besonders bedeutend erachten würde. So, eine letzte Frage. Wenn Kleidung steuerfrei ist, wie ist dann Vinted von dem Gesetz betroffen? Laut AGB dürfen gewerbliche Verkäufer nicht auf Vinted verkaufen. Das wird auch sehr streng kontrolliert. Also grundsätzlich erfüllt Vinted die Voraussetzungen. Nur weil Vinted was in den AGBs schreibt, kann sich ja nicht die europäische Union sagen, naja, dann klammern wir Vinted aus. Es gibt halt Definitionen von Plattformen, die erfüllt werden müssen und die müssen melden. Nur weil Vinted irgendwas in der AGB hat, sagt ja nicht die EU, naja, dann ihr nicht. Das passiert definitiv nicht. Wenn das tatsächlich so streng gemacht wird, dass keine gewerblichen Verkäufer da sind und Privatverkäufer bei Kleidung ist eh irrelevant. Es gibt vielleicht noch so wirklich Luxuskleidung. Ich bin nicht wirklich aktiv auf Vinted. Wenn man wirklich, keine Ahnung, so Sneakersammlungen, wo man wirklich sagen muss, okay, diese Sneaker sind Wertanlagen. Also gibt's ja, ne? Dann kann man da vielleicht sagen, okay, da könnte eine Steuerpflicht sein. Wichtig ist, das ist das Gesetz. Vinted wird das melden. Aber wenn das so ist, wie du sagst und es in erster Linie einfach Kleidung, Austausch tatsächlich ist und gewerbliche Verkäufer da gar nicht drauf kommen, dann wird das ans Finanzamt gemeldet, dann führt das aber genau zu gar nichts. Also weil, wie gesagt, Kleidung nicht steuerpflichtig ist. Es gibt halt dann eine Meldung. Das heißt aber nicht, dass du darauf dann Steuern zahlen musst. Aber der einzelne Anbieter sich von allen möglichen Plattformen, die es da so gibt oder potenziell in Zukunft geben könnte, sich die AGBs durchzulesen, das macht sich der Gesetzgeber natürlich nicht. Der Gesetzgeber erlässt ein Gesetz und gut ist, wenn das am Ende dazu führt, dass keiner der Vinted-Nutzer tatsächlich steuerpflichtig ist. Ja, dann ist doch gut. Gemeldet wird es trotzdem. Aber heißt ja nicht, dass jetzt jemand plötzlich darauf Steuern bezahlen muss. Also deswegen gar kein Ding. Soviel dazu. Ich hoffe, ich konnte Unklarheiten beseitigen. Lasst euch im Internet nicht verrückt machen. Bitte nicht. Riesendrama um nichts. Wie Niklas, wie du das schon gesagt hast. Eigentlich ändert sich fast gar nichts. Und hier letzter Kommentar über Winted auch. Dieses Riesendrama. Macht Klicks. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Alle Klarheiten beseitigt. Gut, sehr schön. Ich bedanke mich für eure Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Abschließend natürlich der Appell, ihr solltet natürlich diesen Kanal abonnieren, um diese grandiosen Highlight-Veranstaltungen in Zukunft nicht zu verpassen. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren guten Abend. Bleibt gesund. Und so weiter. Ciao, ciao.